Ja, das werde ich gleich lösen. Ich will mal eben kurz nur noch mal dahin. So, zack. Ernsthaft jetzt? Och Gott, come on. Ach, guck mal, da unten ist noch ein Dings. Na bitte. So, jetzt darf ich den ganzen Scheiß-Figge wieder nach oben gehen, Alter. Alles umsatz gewesen. Aber hey, ich habe immerhin, das hat sich gelohnt. Ich habe immerhin die Münze noch gekriegt. Oh, was ist denn heute los? Es läuft so stabil auf 25 bis 30 FPS. Ach, come on. Ich glaube, man muss wirklich nach ganz rechts, oder? Nein, die schwe... Warum drücke ich so? Warte mal, in welchem Spiel war denn das noch mal, wo man dann E drücken musste, damit man weiterkommen konnte? Wo man das machen musste. Oh, ihr habt doch keine Ahnung. In die Küste komme ich später dran. So, einmal. Zweimal. So. Jetzt aber. Yes. Sauber. Das ist so ein kleiner Trick. Finde ich eigentlich ziemlich praktisch. Kommen wir zumindest an die Küste hier ran. Hat sich's gelohnt? I cannot. Na, komm. Oh, was ist das? Freu' ich nicht. So, dann wollen wir doch mal googeln. Was kann das Ding denn? Auf jeden Fall ein Scheiß. So. So. Und jetzt zeige ich euch das mal kurz. Wie kommt man zum Hacker an die Kiste da hinten ran, die da hinten ist? Oder gibt's da ein Portal für... Ich hab keine Ahnung. Ich denke mal, wahrscheinlich wird's dafür... Alter. Ich denke mal, wahrscheinlich wird's dafür ein Portal geben oder so. Da geh ich nämlich gerade mal von aus. Weil ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, wie man ansonsten an die Küste rankommt. Aber wie gesagt, ich will ja noch versuchen, so einigermaßen an die Sachen hier alle ranzukommen. So, jetzt können wir nämlich auch komplett wieder... Oh, genau. Zack. Und zack. Sehr schön. Warum zum Hacker... ...konnte ich den jetzt one-hitten? Warum auch immer ich den jetzt one-hitten konnte. Oh, das war sogar ein Critical Damage. Oh, cool. Das war sogar ein Critical Damage. Darunter darf man auf jeden Fall... Oh. Jetzt krieg ich hier so viele Heiltränke, ne? Da glaubst du gar nicht. Das ist... Uh. Das kann ich da reinpacken. Oh. Oh, was mach ich jetzt? Strange oder Critical Damage? Das ist jetzt die Scha... Äh. Na, ich mach mal die Chance hoch. Weil die Chance ist eigentlich ziemlich gut. So, hätten wir das. Das wäre nochmal eins. Oh, hätten wir das. Das, das, das. Sehr schön. Ach nee, stimmt ja. Jetzt sind wir ja hier, oder? Nee, Quatsch. So, da wollen wir mal. Oh. Easy going und so. Warte, wo ist... Ja, da war ein Portal. Aber ich frag mich, wo man da dann... Ich glaub, hier hinten war nichts, oder? Nö, ich meine nicht, ne? Ich geh mal da runter. Mal gucken, gibt's hier irgendwas? Nö, auf den Trick fall ich schon jedes Mal rein. So. Warte mal. Da oben ist was, aber wie soll man denn da jetzt bitte hinkommen? Dit verstehe ich jetzt nicht ganz. Ach, ich hab doch keine Ahnung. Ah, warte. Hehe. Das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Zack. So, hier ist der Schlüssel drin. So, hätten wir jetzt... Keleton-Key. Ei, warte dabei. Alter, ich hab so viel noch zu tun. So, jetzt wird's lustig, oder? Nee, doch nicht. So, hätten wir das. Hätten wir das. Sehr schön. Und weiter geht's. Hahaha. Loll, Alter. Okay. So, geht's auch. So, hätten wir das. Alter. Frost-Damage, Critical Damage. Ja, ist zwar alles ganz nett, aber... So, hätten wir das. Wieder das. Oh, habe ich irgendwo ne Kiste vergessen? Da. Da. Wuhu, Defense-Critical Chance und ne Kahn. Okay. Finde ich gut. Das ist nur die Frage, ob sich das wirklich lohnt. Wir haben ne Health Region und Wrath Cost. Okay. Scheiß drauf, ich nehm den da. Der ist mir irgendwie gerade lieber. So, ich musste, glaube ich, hier lang. So, zack. So, an die Kiste. Kann mir das mal irgendjemand sagen, wie man da rankommt? Ich hab nämlich... ...absolut keine Ahnung, wie man an die Kiste da rankommt. Oh, zack. 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 Sehr schön. Die nächste Seite. Ach, komm schon, geh da hoch wieder. So, da unten geht's ja weiter. Na gut, ab nach unten. Hüppsala. Irgendwann verirre ich mich noch, ne? So, hätten wir das. So. Dann wollen wir mal. Guckuck. Ja, warst du denn doch mal. Gorewood. Ach. Ernsthaft jetzt? Aua. 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 Jetzt reicht's mir aber. Ach. Yes. Sauber. Okay. So geht's auch. Ja. Ich hab gar nicht gesehen, das der da. Irgendwie. Doch, du kannst. So, warst das? Jo. So, sonst gibt's hier aber auch nix, ne? Ach, guck mal an. Den hab ich damals immer vergessen. Ha, ha, ha. So, hundertprozentig jetzt kommt wieder hin. Krank raus. Ja. Wow, was lila an das. Yeah. Wow. So, das ist Gorewood. Okay. Das Ding bringt mir trotzdem nicht wirklich viel. Nö. Will ich nicht. Will ich auch nicht. Will ich beides nicht. Weil mir dann der Critical Damage flirten geht. Aber holla die alte, du. Das Ding nehm ich definitiv. Scheiß auf die Resistance, Alter. Critical Damage. Ahoi. Oh. Hätten wir das? Ähm. Ich glaub den Dungeon hätten wir jetzt, ne? Ja. Jetzt kann ich nämlich mal wieder zurück. Jetzt kann ich mal nämlich zu Dings gehen. Hätten wir das? Dann ist ja gut. So. Ich hab nämlich noch zwei Sachen vergessen. Oh, ich musste mich einmal... So, hätten wir das. So, ich bin mal gespannt, ob ich mir das jetzt alles kaufen kann. Ich hab keine Ahnung. Du mich auch. So, 2800. Die Possessed Bucklers will ich eigentlich ehrlich gesagt ganz ehrlich nicht haben. Einmal. Zweimal. Go and Call brauche ich ein. Das brauche ich auch nicht. Die brauche ich auch nicht. Die Mecker-Bug. So. Dann ist ja gut. Dann werd ich mir jetzt mal... ...die Box hier endlich mal holen. Nice. Ah, da kriegt man echt so'n Schrott. Ja, das hat gerade wirklich gehangen kurz. Toll. Wenn wir warten, kann ich sowieso wieder eine tolle Klau. Ah, toll. Ist ja echt super. Ja, egal. Wir gehen mal jetzt zum... ...äh... ...Dings-Tempel hin, da. Zum, 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 zum... ...da hinten hin. The Lost Temple. Gehen wir da mal hin. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich ganz, 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 ganz hinten lande. Summon or Banished Despair. Ja, sein Pferd heißt ja Despair, Verzweiflung. Yes, genau richtig gelandet. Da drüben ist der Schlüssel dafür. Das sieht irgendwie geil aus. Mit dem Drachenkopf. So. So. Dann wollen wir mal. So. Jetzt kriegen wir unsere erste, ähm, spezielle, äh... ...undern ersten speziellen Talisman. So. Einmal. Schlecht. Auch schlecht. Äh. So. Da hätten wir unseren ersten. Blade Master. Das wäre der Nächsten. Das wäre der Nächsten.